Ich heiße Vadim Zhitko. Ich wohne in Deutschland, Stadt Gütersloh. Als ich 2017 das erste Mal über das Projekt Dönow Motoren gehört habe, dachte ich mir, Mensch, ein Innovationsunternehmen aufzubauen in Russland und dann noch mit dem Geld der einfachen Menschen, ist das eine Utopie und dann war die Konferenz in Moskau. Und ich habe gesehen, wie viele Leute interessiert den Projekt. Ich habe die Technik mit Motorrad und bin auf dem Motobike. Das war natürlich unbezüglich. Es hat sich nicht verwendet. Es muss sich selbst probieren. Mir wurde deutlich, dass die Technologie wirklich ist, und ich wollte es irgendwie zu diesem Projekt sein. Ich habe ein paar Jahre nach dem Projekt gearbeitet, weil es eine Sache ist, dass es sich moralisch unterstützt und und auch andere, in die Geld zu investieren. Das ist schon ein Business mit seinen Risiken. Ich schätze, dass ich lange überrascht bin, ob es sich für mich wirst. Für mich war der Zeit, als die Firma Sovalmash-Sovolmash-Sovolmash-Moskog und der Umgebung des Technopolis-Moskogs und der Technopark. Das wirklich wirklich, dass ich wirklich, dachte ich und investiere. Projekt ist unheimlich, weil es nicht sofort viel Geld braucht, um investieren zu. Du schaffst du deinem Gebäude an, um in ein paar Jahren zu verdienen, um viel mehr zu verdienen. Ich investiere, um mein Leben zu beurteilen, um für meine Kinder zu bekommen, um eine gute Ausbildung zu bekommen. Wir sehen uns, was diese Motorräder sind zu können. Ich folge Fiktora's rest of the developments in Asia. Ja, wenn wir in unseren Megacities transportieren, es gibt mit Dune of Motors, der Luft wird sich erhöht und wir werden alle able to breathieren, normalerweise. Und wir sehen, wie die Unternehmen die Investoren nutzen. Und die Transparenz sehen wir alle. Das ist sehr wichtig heute. Ich wünsche euch allen, zu machen, über die Solomash-Solomash-Solar Group. Ich persönlich investiere 75,000 Dollar in dieses Projekt. Ich wünsche mir, wie sich die Projekte entwickelt hat. Alles ist besser als ich erwartet. Wir werden uns über die Entwicklung und die Vorstellung informieren. Wir können immer Fragen auf die Organisatorien und die Partnerinnen fragen stellen. Alles ist vollständig und sicherlich. Ich wünsche euch, dass wir hier, wenn wir uns in den nächsten Jahren haben, das ganze Welt wird aus dem Flugzeugzeugen. Das ist ein Moment, dass wir sehr schnell sind. Portanto, wenn jemand das verstehen und die Providências gegeben hat, zum Beispiel, investieren in eine Unternehmen, die die besten Elektro-Motoren produzierst werden, wird sicherlich bemerkt werden. Ich möchte Ihnen die Investitionen in diesem großen Projekt insbesondere für diejenigen, die sich für ihre finanzielle Beziehung und sie haben die Patience für einige Jahre zu warten. Dieser Projekt ist ein ekologischer Projekt. Ich empfehle ihn, es ist eine sehr gute Inversion. Und unsere große Kompagnie Solar Group, Motores Duyono. Ein Salud a todos und Glückwunsch. Ich liebe diesen Projekt, weil er den ekologischen Bereich und er unterstützt die Menschen, die die Natur präsentieren. Aber auch, weil wir sehr gut die Arbeit des Wissenschaftler, des Ingenieurs und andere Innovatoren, die wir immer bereit sind zu unterstützen. Ich liebe mich die Qualität der Person in der ganzen Welt, die in Motores Duyono investiert. Es gibt eine decenziale Menschen. Und für mich, diese Unterstützung bedeutet viel. Es ist nicht nur ein Geschäft, sondern es ein Geschäft, das die Leute braucht, das die der Welt braucht. Und es ist für den Erfolg. Und es ist für den Erfolg.